Eine Reise nach Dojero in Spanien Autor Seltsam kennt sie. Mit dem Kajak wollten wir durch die Schluchten des Dojero fahren. Denn die Arribas del Dojero, wie sie im Spanischen heißen, oder Arribas do dojuro auf Portugiesisch gelten als der spektakulärste Abschnitt des 900 Kilometer langen Flusslaufs. Es ist ein gigantischer Graben im Granitgestein, mehr als 100 Kilometer lang und bis zu 200 Meter tief. Auf der Suche nach einem Weg von der kastilischen Hochebene hinunter zum Atlantik fällt der Fluss durch diesen Graben um mehr als 400 Höhenmeter ab. Es ist eine wilde Gegend, über der Raubvögel kreisen und in der noch vor wenigen Jahren ein Wolf gesichtet wurde. Die schönste und beeindruckendste der rauen Landschaften Spaniens, wie der Schriftsteller Miguel de Unamuno meinte. Es ist eine menschenarme Landschaft, zerteilt durch die zyklopische Furche, die seit Jahrhunderten Spanien und Portugal trennt, eine Landschaft am Rande beider Länder, vergessene Ecken, die dank ihrer Rückständigkeit und ihres Reichtums an Natur und Ruhe erst heute attraktiv zu werden beginnen. Das machen sie mehrere Monate lang im Jahr, und schließlich sind die Arribes beiderseits des Flusses Naturschutzpark. Also entschlossen wir uns, die Schluchten mit dem lautlosen Fahrrad entlang zu fahren. Aber es gibt keine Straße und keinen Weg, der am Dovero entlang führte. Es gibt Straßen und Pisten und Fußwege, die an ihn heran oder zu Aussichtspunkten wie alten keltischen Kultstätten, Einsiedeleien-imd-Marienheiligtümern oder Felskuppen führen. Und es gibt eine Handvoll Staumauern und Brücken, über die man den Fluss kreuzen kann, Brücken wie die Plente de Pino, eine imposante Eisenkonstruktion, 1860 entworfen und 1914 gebaut, die eine Zeit lang die längste einbogige Brücke Europas gewesen sein soll und auf der man in 90 Meter Höhe über dem Wasser schwebt. Eindrucksvoll ist sie auch deshalb, weil sie so allein in der Wildnis steht und niemand über sie geht. Die Abfahrt zur Starmauer von Miranda ist lang und steil. Miranda Duduro hat eine schöne, geschlossene Altstadt und eine weniger schöne Neustadt. Die Neustadt schaut über den Fluss nach Spanien, das heißt auf Busch bewachsene Berge. Die Altstadt sieht sich selbst, ihre Stadtmauern, die Ruinen ihrer Burg, die festungsgleiche Granit-Kathedrale, die weiß getünchten Häuser mit steinernen Wappen und mangelinischen Fensterumrandungen. Mit Einbruch der Dunkelheit macht die Altstadt die Augen zu. Dann geht man zurück zur Posada, die einen Steinwurf entfernt am Hang zum Duro liegt. Vom Restaurant, vom Salon, vom Balkon des Zimmers hat man einen weiten Blick über Spanien und den spanischen Himmel. Was gestern eine lange Abfahrt war, ist heute eine endlose Steigung. Auf dem Hochplattejahr angelangt, ist Fahrradfahren wieder schön. Man rollt durch leicht gewähltes, mit Stein- und Korkreichen betupftes Land, weites, leeres Land, Menschen- und Autoleher, verwildertes Land oder weites Irkonflex-Land für ein paar Kühe, Schafe und Ziegen. Unpassend ist nur, dass Arkadin auch mit Strommasten besprenkelt und von Hochspannungskabeln überzogen ist, die den vom Duro erzeugten Strom in andere Landesteile leiten. Doch es herrscht eine friedliche, stille Küxistenz zwischen Arkadik und Moderne, seit die Starmauern fertiggestellt und die Großtaten der in Genie-Urkunst wie das unterirdische Kraftwerk von Villarino, für das man den Fels aushöhnte, vor fast 40 Jahren vollbracht wurden. Warum nur hat der Duro sich so tief in die Erdkruste eingegraben? Der Weg hinunter zur Starmauer von Bamposta ist wohl angenehm, aber die anschließende Steigung auf portugiesischer Seite ist fürchterlich. Zum Glück gibt es in Bamposta ein Café, also eine Kneipe. Der Saal ist voller Männer, die brav an den Tischen sitzen, andächtig Fußball gucken und nichts konsumieren. Die Wirtin ist gehbehindert, nervenschwach, hat vier Zähne im Mund und spricht etwas Deutsch. Sie hat fünf Jahre in Bochum gearbeitet, ihr Mann 25, vor 28 Jahren kamen sie zurück. Das Essen ist nahrhaft, reichlich und preiswert. Gemüsesuppe, zwei riesige Trousanfilets mit Eiern, Pommes frites und Salat, Nachtisch, Bier, Wein, Kaffee, Trester-Schnaps, 9,45 Euro. Das Spiel ist aus, alle Männer stehen auf und verlassen das Lokal. Entweder haben sie zu Hause kein Bezahlfernsehen oder überhaupt keinen Fernseher. Dieser Teil Portugals, Tresus Montes, das Land hinter den Bergen, ist eine der ärmsten und unbekanntesten Regionen Europas, wie Andalusien oder die Estre Madura oder das angrenzende Galikin vor langer Zeit, viele alte Frauen in Circonflex Schwarz, 20 bis 30 Jahre alte Autos, 15 bis 20 Jahre alte Preise. Die Dörfer sind halb leer, die Hälfte der Hinterwäldler lebt irgendwo in Europa oder arbeitet in Spanien und strömt am Freitagabend in klapprigen Kleinbussen zurück ins Dorf, um in der Nacht zum Montag abermals nach Spanien zu emigrieren. In Bamposta existiert auch ein Vier-Sterne-Hotel, eingerichtet in der ehemaligen, restaurierten Residenz eines Bischofs, geführt von einer Schülerin, die kein Spanisch und kein Englisch versteht. Zwischen Orangensaft und Kaffee muss sie ihre kleine Schwester zum Schulbus bringen, zwischen Gebäck und Müsli bittet sie einen, das Rad aus der Garage zu holen, und nach dem Toast eilt sie selbst zur Haltestelle, nicht ohne einem zuvor zu zeigen, durch welche von außen nicht ohne Schlüssel zu öffnende Tür man den Pellast verlassen möge. Die Straße führt in einem weiten Bogen vom Flussweg, um sich von Mogadouro an, einem gerusamen, großzügig angelegten Kreisstädtchen, ihn wieder zu nähern. Am Aussichtspunkt Durau schlägt man im Licht der Stirnbandleuchte das Zelt auf. Vom Land sind nur die Umrisse dunkler Berge zu sehen. Die ganze Nacht hindurch zerrt ein trockener Wind an den schlecht gespannten Planen. Am Morgen merkt man, dass man fünf Meter vor dem Abgrund geschnarcht hat. Unten in der Schlucht liegt der Stausi von Saussele. Von den Aussichtspunkten aus betrachtet, schimmert der Duero mal grün, mal blau, je nachdem, ob sich in ihm die Vegetation der Berge oder der Himmel spiegelt. Manchmal ist er im Gegenlicht ein Silberband, hier und jetzt im Morgengrauen aber eine schwarze Schlange. Ein Schwärmgeier ist auch schon auf den Beinen, lässt sich vom Aufwind in den portugiesischen Himmel tragen, und wenn einer der zweieinhalb Meter breiten Burschen aus der Felswand aufsteigt und dem unvermuteten Beobachter am Klippenrand zu nahe kommt, schreit er erschrocken, klappert mit den Flügeln und dreht ab. Hochland, nichts als mit Buschwerk bestandenes Hochland. Solange man auf der Höhe bleibt, ist das Fahren ein Genuss. Zwar sieht man nicht den Fluss, der sich in seiner Schlucht versteckt, aber man hat Musse, die leere Landschaft.